Macht dieses knusprige Fingerfood unbedingt nach, aber erstmal will ich einen TikTok-Hack testen. Und dafür gebe ich Petersilie einfach in meine Reibe und ziehe dann die Stängel unten durch. Das Ergebnis gefällt mir richtig gut, denn guckt mal, das alles ist liegen geblieben. Die Petersilie hacke ich jetzt fein und gebe sie zusammen mit Fetakäse und Gouda in eine Schüssel. Das ist die leckere Füllung und als nächstes in einer Dose Ei, Milch und Öl miteinander verrühren. Ich mache so, dass ich ganz einfach schüttel und fertig ist das Ganze. Dreieckige Jufka-Blätter jetzt mit der Mischung bepinseln und die Füllung ganz oben an den Rand geben. Rollt das Ganze dann auf, ich habe ungefähr 22 Röllchen rausbekommen und gebt die fertigen Röllchen dann nochmal in die Eier-Milch-Mischung und tunkt sie anschließend in ordentlich Paniermehl. Das Coole ist, dass die jetzt nicht frittiert werden, sondern dass wir sie im Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 22 Minuten backen. Die geht am Strand auch immer wieder senden, weil sie immer wieder sellt werden, und bleibt vertreppen. Untertitelung des ZDF, 2020